Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du 10 Euro verdienen kannst mit Get More. Das Ganze ist wirklich eine richtig tolle Methode. Es ist keine Schnellreichwerden-Methode, aber wirklich richtig klasse, weil dir der Anbieter einfach so viele Möglichkeiten hier gibt, Geld zu verdienen. Und wenn du Fragen hast zu dieser Methode oder auch zu anderen Dingen, folg mir gerne auf Instagram flo.farrell und schreib mir dort auch gerne eine Nachricht. Ich antworte dann in der Regel auch relativ zügig. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit dem Video. Und ich möchte dir vorstellen, warum das Ganze wirklich so mega gut ist, dieses Programm, weil es geht ja nicht darum, dass du hier irgendwie Cashback oder sowas verdienst, indem du Dinge kaufst und dann eben einen gewissen Prozentanteil davon wiederbekommst. Nein, es geht darum, dass du Freunde oder eben einfach auch fremde Personen für Get More wirbst und dann bekommst du hier 10 Euro einmalig, wenn du jemanden geworben hast, plus 10 Prozent ein Leben lang an den Cashbacks, die diese Person quasi hier auf Get More generiert. Das heißt, du lädst jemanden ein für ein Programm, was komplett kostenlos ist, wo diese Person auf Einkäufe eben Cashbacks bekommt. Das heißt, wenn sie zum Beispiel bei Ebay irgendwas kauft, bekommt sie einen gewissen Prozentzahl, ich sage mal von 6 Prozent oder sowas, eben als Cashback. Und du bekommst dann eben davon nochmal 10 Prozent ab. Das heißt, du würdest dann in dem Fall 0,6 Prozent von dem Cashback abbekommen. Und allein diese 10 Euro, die lohnen sich einfach schon sehr, weil du halt wirklich eine Person für ein Programm wirbst, was nichts kostet. Ich zeige dir das jetzt hier einfach nochmal. Und das Ganze dann wirklich zusätzlich dann noch mit diesem prozentualen Verdienst dann eben noch steigern kannst. Und das Ganze mit Get More ist wirklich richtig toll, weil das ist einfach gerade jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit oder in der Black Friday Week und so weiter, wo halt wirklich auch viel online gekauft wird, kannst du einfach viele Leute damit überzeugen, quasi Get More zu nutzen. Es ist komplett kostenlos und die machen es sogar so, dass wenn du dort etwas kaufst mit Cashback, dann pflanzt die sogar einen Baum. Und es sind wirklich sehr, sehr viele Partner hier drin. Und ich zeige dir auch wirklich nochmal, warum Get More ausgerechnet so gut ist und warum sie es dir wirklich einfach machen, hier dieses Programm zu bewerben. Denn da gibt es wirklich richtig, richtig krasse Aktionen und das zeige ich dir jetzt einfach mal in dem Video. Und grundsätzlich, ich nutze Get More auch selber, um hier Cashbacks zu bekommen. Das heißt, wenn ich mal online irgendwas kaufe, dann schaue ich erstmal bei Get More und schaue dann, ob ich dann eben da Cashback bekomme, weil es kostet mich nichts und ich bekomme da eben, wie gesagt, einen Teil von meinem ausgegebenen Geld zurück. Und wenn du dich über den Link unten in der Videobeschreibung registrierst, bekommst du sogar 3 Euro geschenkt bei Get More. Das Ganze ist wirklich komplett kostenlos, einfach dafür, dass du dich registrierst. Und du hast ja auch keinerlei Verpflichtung, dass du irgendwie was kaufen musst oder so, sondern du kriegst diese 3 Euro hier gutgeschrieben. Und jetzt zeige ich dir hier einfach mal, wie Get More einfach funktioniert. Dann ist es wirklich nicht schwierig. Es ist im Prinzip nur das kostenlose Registrieren, was als erster Schritt da ist. Einfach nur deine E-Mail-Adresse eingeben, Passwort generieren und dann bist du auch schon bei Get More angemeldet. Gehst dann eben in deinen Shop, wo du etwas kaufen möchtest, klickst auf den Link von Get More und wirst dann quasi dort mit dem Shop verbunden. Get More trackt das Ganze und dann, wenn du es eben gekauft hast, bekommst du eben den Cashback eben wieder gutgeschrieben bei Get More. Und kannst du das dann eben ab 0,01 Cent, also ab dem ersten Cent schon als Cashback auszahlen lassen per Banküberweisung. Und von daher kannst du hier wirklich jeden Cent als Cashback sofort auf dein Bankkonto überweisen. Das heißt auch hier jetzt keine irgendwie versteckten Formulierungen, wo dann da steht, ja, aber erst nach 50 Euro Cashback kannst du dir das auszahlen lassen. Nein, wirklich ab dem ersten Cent. Und jetzt, wie kannst du Freunde oder eben andere Leute einladen? Das Ganze kannst du per Einladungslink über soziale Netzwerke, über E-Mail, über Visitenkarten, über Werbemittel, über einen eigenen Shop machen. Und das alles bietet dir Get More direkt auf der Seite an. Das heißt, hier musst du nicht nochmal extra ein Affiliate-Programm oder sowas nicht registrieren, sondern alles persönlich hier auf deiner persönlichen Seite. Und das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Das habe ich so selten gesehen. Nämlich hier einmal den Link, den kannst du einfach kopieren. Wenn da dann jemand draufklickt und sich registriert, wird er quasi dir gutgeschrieben. Du kannst das über die sozialen Netzwerke hier machen. Du kannst das Ganze per E-Mail machen. Da haben sie eine komplette E-Mail-Vorlage. Das heißt, wenn du einen großen E-Mail-Verteiler hast, kannst du hier zum Beispiel einfach diese E-Mail hier rausschicken. Da ist auch schon dein persönlicher Link mit drin. Und jetzt, was ich richtig krass finde, also richtig toller Service, wie ich finde, also gerade für Affiliates ist das hier richtig toll. Du kannst eigene Visitenkarten dir hier drucken lassen. Ich gehe da einfach mal drauf und zeige dir das. Da kannst du nämlich individuelle, persönliche Visitenkarten für dich drucken lassen mit deinem Namen drauf und so weiter. Das kannst du alles selber eingeben. Hier zum Beispiel Name, dann Flo Farrell und so weiter, Selbstständiger und so weiter. Und auf der Rückseite wäre dann quasi schon dieses vorgefertigte Printing von Get More. Das heißt, simple und einfach erklärt. Das kannst du dann zum Beispiel, entweder du verteilst es oder du legst es irgendwo aus oder du wirfst es in Briefkästen. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da kannst du dann eben auch Leute drüber werben. Zum Beispiel hier, wenn du die Webadresse dann nimmst, registrierst du eine eigene Domain, machst da eine Weiterleitung auf deinen Link zum Beispiel, auf deinen Affiliate-Link. Und schon wirst du eben getrackt für Get More und kannst Leute dafür werben. Und es gibt ganz, ganz viele Werbemittel für Webseiten, für E-Mails. Hier siehst du es über Banner, also mobile Banner, Webseiten-Banner. Und auch noch richtig krass, du kannst bei Get More den eigenen Shop einrichten, kostenlos. Und damit quasi auch nochmal Leute für Cashbacks werben. Alles in allem gibt dir hier Get More wirklich richtig viele Möglichkeiten, dass du eben Leute für Get More wirbst, dann eben 10 Euro bekommst für die geworbene Person und dann eben nochmal ein Leben lang 10% an deren Cashbacks mitverdienst. Das heißt, du wirbst jemanden für etwas, was kostenlos und sogar noch einen Nutzen hat. Und ja, das ist im Prinzip die schönste Methode, um jemanden zu werben, weil derjenige muss nichts kaufen und wird einfach nur kostenlos eingeladen. Und noch viel besser, ich habe eine E-Mail bekommen während den Black-Deals, also quasi während der Black-Friday-Woche, hier vom 23.11. bis 30.11. kriegst du sogar 15 Euro, weil hier wirklich viele Leute dann auch profitieren können. Auch du kannst das selber nutzen. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Kannst sparen, wenn du einkaufst beim Black-Friday. Ich werde das auf jeden Fall machen. Und ansonsten würde ich mich freuen über dein Feedback. Abonniere mich auch gerne, wenn du es noch nicht getan hast. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Geld verdienen oder Finanzen und würde mich sehr, sehr über dein Feedback freuen. Ein Daumen nach oben und ein Abo natürlich. Wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen über Cashback. Ich nutze es selber, wie gesagt, und der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wirb am besten ganz, ganz viele Leute und viel Spaß damit beim Sparen, Einkaufen und Shoppen mit GetMore. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Flo Pharrell.